Musik Du bastelst jetzt schon eine Stunde an deinen Schuhen rum. Bekommst du deine Studiösenkel nicht rein? Ja, jetzt nauf mich nicht. Du kannst doch auch nicht alles. Und das ist hier echte, blöde Fummelarbeit. Jetzt lass dich doch nicht unterkriegen und mach das einfach ganz entspannt. Wenn du glaubst, dass du es schaffst, dann bekommst du es auch hin. Ach, ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Das hast du jetzt davon, wenn du die ganze Zeit daran zweifelst. Ach, ich höre jetzt echt auf mit dem Quatsch. Jetzt warst du doch gerade fertig und jetzt hörst du schon wieder auf. Also du musst dich jetzt schon mal dran halten. Wenn du daran glaubst, dann schaffst du das auch. Halt doch einmal bis zum Ende durch. Ja, ich glaube, du hast recht. Außerdem wollte ich fertig sein, bis Lea kommt. Und die wollte doch auch bald kommen, um mit uns gemeinsam die Neuigkeiten zum Detektiv Pfeife abzuholen. Genau, die wollte doch in zehn Minuten da sein. Das packst du. Komm, jetzt mach's nochmal. Bis die zwei kommen, hat bestimmt unsere Band noch ein Lied zur Überbrückung. Ich stehe fest auf dem Fels, ich stehe fest auf dem Fels, ich stehe fest auf dem Fels. Und auf Gottes Wort, ich will das Tummelze sein, ich will das Tummelze sein, was sein Wort sagt. Auf sein Wort, auf sein Wort, kann ich sich erbauen, kann ich sich erbauen. Ohne sein Wort, ohne sein Wort, werd ich ungehoben, werd ich ungehoben. Ich steh fest auf dem Fels, ich steh fest auf dem Fels, auf Gottes Wort Ich will das Tum was er sagt, ich will das Tum was er sagt, was sein Wort sagt Auf sein Wort, auf sein Wort, kann ich sich erbauen, kann ich sich erbauen Ohne sein Wort, ohne sein Wort, werd ich ungeheirrt, werd ich ungeheirrt. Ich stehe fest auf dem Fels, ich stehe fest auf dem Fels, ich stehe fest auf dem Fels, auf Gottes Wort. Ich will, dass du, was er sagt, ich will, dass du, was er sagt, ich will, dass du, was er sagt, was sein Wort zählt. Juhu, fahrt sich, fahrt sich. Sehr gut, guck dich doch. Herein. Hallo ihr zwei, Papa Pfeife auch gleich mitgebracht. Ja, hallo. Oh, hallo. Schön euch zu sehen, aber das hätte ja auch anders sein können. Warum, was ist passiert? Gibt es was Neues von meinem Bruder? Wie bitte? Das ist klar, dir geht es nur um deinen Bruder. Aber, dass ich mich in große Gefahr gebracht habe, um etwas Neues herauszufinden, das interessiert wieder niemand. Das ist ja auch dein Job. Aber es tut mir ja auch leid, aber dann erzähl doch endlich, was passiert ist. Ich bin so aufgeregt. Alles gut, Lea, wir verstehen deine Aufregung auch. Danke. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich ja auch Nathanael in Gefahr gebracht haben, oder Pfeife? Oh je, hoffentlich ist nichts passiert. Ja, dass es gut ausgegangen ist, könnt ihr euch ja schon denken, wenn ich hier sitze. Aber ich erzähle gleich alles. Aber zuvor könnte ich noch ein Lied hören? Oh nee. Also, ich habe auch Lust zu singen. Also, ich glaube, da musst du jetzt durch, Lea. Na gut. Ich bin ein Bibelendecker, ja, ich will es wissen. Ein Bibelendecker im Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelendecker in der Suche nach dem Land. Ein Bibelendecker auf Tour. Meine Tour führt mich heute durch Geschichten. Ich komme aus dem Staunen nicht raus. Ich lese in den Briefen und Gedichten. Hier und auch zu Haus. Ich bin ein Bibelendecker, ja, ich will es wissen. Ein Bibelendecker im Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelendecker, das Suche nach finden. Ein Bibelendecker auf Tour. Meine Tour führt mich heute zu Personen. Die haben was mit Gott erlebt. Ich lese von Fischern und Spionen und bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin ein Bibelendecker, ja, ich will es wissen. Ein Bibelendecker im Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelendecker, das Suche nach finden. Ein Bibelendecker auf Tour. Meine Tour führt mich durch zwei Testamente. Da bleibt mir der Mund offen stehen. Kinder Gottes, erben meine Menge. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ich bin ein Bibelendecker, ja, ich will es wissen. Ein Bibelendecker im Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelendecker, das Suche nach finden. Ein Bibelendecker auf Tour. Aber jetzt raus mit der Sprache. Komm, sag uns, was du rausgefunden hast. Tja, ich hole meine Notizen. Also, ich habe diesen Jesus verfolgt, bis an den Hafen von Friedrichshafen. Und da ist er mit seinen Freunden auf ein kleines Ruderboot gestiegen. Ich bin natürlich unauffällig in die kleine Kabine vom Schiff geklettert, um nichts zu verpassen. Nathanael war mit auf dem Boot. Oh je, ich glaube, ich kann mir schon denken, was passiert ist. Kürzlich war doch dieses riesen Unwetter. Ja, genau. Dann ging plötzlich der Sturm los. Und Jesus, ihr glaubt es nicht, hat einfach auf dem Boden vom Boot geschlafen. Und wir alle hatten Angst, weil es wurde immer schlimmer und schlimmer. Oh je. Und irgendwann war es dann so schlimm, dass Wasser ins Boot gelaufen ist und die Freunde von Jesus Wasser schöpfen mussten. Als es dann aber nicht besser wurde, haben die Jungs Jesus geweckt, weil sie so große Angst hatten. Und was sollte denn dieser Jesus machen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Er ist dann ganz entspannt aufgestanden, hat das Wasser angeschrien, dass es ruhig werden soll. Und auf einmal war der Sturm weg und das Wasser komplett ohne Wellen. Ich konnte meinen Augen kaum glauben, was ich da gesehen habe. Danach hat er seine fassungslosen Freunde gefragt, warum sie ihm und Gott nicht vertrauen würden. Warum sie trotz seiner Gegenwart so Angst hatten. Also ich wäre ja auch durchgedreht. Ja, ich hatte auch riesengroße Angst. Dennoch hat das ja irgendwie gezeigt, dass dieser Jesus kein normaler gläubiger Mensch ist. Eventuell könnte an dem Gerede, dass er Gottes Sohn sein soll, vielleicht auch was Wahres dran sein. Weil das, was da geschehen ist, finde ich auch extrem. So langsam kann ich verstehen, warum dein Bruder ihm sogar nach Friedrichshafen folgt. Ja, ich glaube, wenn man diesem Jesus folgt, wird man richtig viele Wunder erleben, was ohne Gott bestimmt nicht möglich wäre. Genau, dieser Meinung bin ich eben auch. Dennoch kann ich quasi nach meinem aktuellen Ermittlungsstand sagen, dass es Nathanael gut geht. Das höre ich wirklich gerne. Schau Martin, es ist genau gleich wie bei dir vorher, bitte deinen Schnürsenkeln. Du musst einfach daran glauben, es zu schaffen. Oder glaubst du, Jesus hätte den Sturm besiegt ohne volles Vertrauen in Gott? Nein, ich glaube, du hast echt recht. Man muss einfach daran glauben, dann wird es schon. Also ich bin echt erleichtert, dass es jetzt allen gut geht und ich würde gerne dafür Gott danken. Ja, Herr unser Gott, wir sind so dankbar, dass es diesen Jüngern, dass es Nathanael und Jesus so gut gegangen ist auf dem Schiff und dass Jesus die Macht hat, sogar Wind und Wellen und alles, was uns bedrängt in unserem Leben, zu beruhigen. Dafür sind wir dir ganz dankbar. Amen. Dann würde ich sagen, Detektiv, bleib weiter an Jesus und Nathanael dran und wir lassen uns überraschen, was du uns nächstes Mal zu erzählen hast. Ja, dann warten wir doch einfach mal ab. Lea, falls du willst, kannst du ja mit uns die kommenden Tage noch weitere coole Plätze und Aufgaben in Dettingen entdecken. Wir würden uns mega freuen, wenn du wieder mitkommen würdest. Oh ja. Ich mache mich dann weiter auf die Suche nach Infos über diesen Jesus. Dann bis zum nächsten Mal, Pfeife und Lea. Äh, apropos nächstes Mal. Am kommenden Sonntag, 6. September 2020, wird es kein Video geben. Beachtet aber, an diesem Tag müsst ihr euer Nausforderungsheft abgeben. Alle Infos hierzu findet ihr unter dem Punkt Spielerklärung in eurem Heft. Wir sehen uns dann wieder am 13. September zu einem gemeinsamen Gottesdienst. Ob wir uns in der Stiftskirche oder hier treffen, erfahrt ihr per E-Mail. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Sieht rein. Vater im Himmel, segne dich und passe auf dich auf, er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf. Der Vater im Himmel, segne dich und passe auf dich auf, er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf, seine Nähe und sein Frieden sollen immer mit dir sein, seine Liebe und Vergebung sollen immer mit dir sein. Der Vater im Himmel, segne dich und passe auf dich auf, er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017